Sepp, erzähl mir ein bisschen über die Runde. Der Platz ist wirklich schwer. Ich habe den Ball wahnsinnig gut getroffen. Ich weiß nicht, wie viele Grünen sich verfehlt, aber es waren nicht viele. Leider war der Part eiskalt. Ein paar Parts gelocht, aber die Legparts waren nicht nah ans Loch. Wenn ich den Part verbessere, könnte ich eine gute Woche haben. Nach der Präparation und der Präparation, glaubst du, dass er so hart spielt, wie du erinnerst? Ja, ich habe mir schon gedacht, der Platz wird sich ziemlich schwierig spielen. Man muss die Fairways treffen, um überhaupt leichte Barschancen zu haben. Es gibt keine garantierten Bordylöcher. Man muss einfach die Fairways treffen und dann muss man den Ball, wenn man in einer guten Position ist, wirklich aggressiv ans Loch spielen. Auf der anderen Seite haben viele Spieler gesagt, das ist wahrscheinlich der einfachste Tag der vier Tage. Wie erwartet ihr für die nächsten drei Tage? Und wie vorbereitet ihr euch für das? Ja, morgen wird es ein bisschen windiger werden. Das wird heute wahrscheinlich der einfachste Tag sein. Und ja, es wird einfach wahnsinnig schwer sein. Wie gesagt, man muss die Fairways treffen und es wird mit dem Wind ein bisschen schwieriger werden. Und ja, hoffentlich kann der Partei heiß werden, so dass wenn ich hin und wieder mal das Gündicht triffe, dass ich dann ein paar sehen kann. Das gibt's für die ganze Zeit. Also, dass ich dann weiterspuhige. Das ist die ganze Zeit. Und das ist dann ein bisschen mehr für die Barschancen.